Was geht ab, mein Name ist André Sotow, willkommen bei Sotography und heute folgt wieder ein cooles Photoshop Tutorial, in dem wir ein Panorama bearbeiten werden. Und dieses Panorama werden wir dann endgültig sehr geil noch nachbearbeiten. Ja, bleibt einfach dran und jetzt geht's auch schon los. Als erstes gehe ich immer so vor, dass ich meine Bilder bei Lightroom aufmache und hier habe ich auch schon meine Panoramabilder. Man sieht die Bilder sind 4000 x 6000 Pixel groß und das ist echt heftig, weil wenn du dann betrachtest, hier sind jetzt 69 Bilder von einem Panorama und 69 Bilder und alle sind 4000 x 6000 Pixel groß, also 24 Megapixel, da kannst du dir zusammenrechnen, dass das endgültige Bild schon so um die 100, 120 Megapixel haben wird und das ist schon echt viel zu groß, man braucht das auf jeden Fall nicht, vor allem nicht, wenn man das sowieso nur im Internet postet. Was ich da mache ist, ich werde die Bilder gleich bei Lightroom etwas verkleinern und das mache ich, indem ich jetzt alle erstmal markiere, mit STGA zum Beispiel, dann drücke ich hier mit der rechten Maustaste auf irgendein Bild und gehe auf Exportieren, beim Exportieren kann man hier gerne gleiche Ordner wie Originalfoto auswählen oder man kann auch einen speziellen Ordner auswählen. Ich tue den gleichen Ordner wie Originalfoto und lege jetzt in einen Unterordner Original ab. Ok, jetzt scrolle ich ein bisschen runter, ich werde die Qualität hier auf 60 stellen, weil, und das brauchen wir echt gar nicht hier diese Qualität und bei nur, also nur die Qualität zu verstehen, wird auch nicht viel bringen. Ich habe hier noch die Größe von 6000 Pixel auf 1500 Pixel geändert und die Auflösung von 300 auf 72 dpi. Jetzt drücke ich einfach auf Exportieren und dann werden meine ganzen Fotos verkleinert und somit habe ich jetzt meine Bilder ungefähr 600 KB, also zwischen 600 und 800 KB groß. Davor waren die so um die 4-5 Megabyte und das ist schon echt viel zu groß, wenn man betrachtet, was der Photoshop dann alles bearbeiten muss. Und warum 69 Bilder, das ist so, ich habe, ich fotografiere meine Panoramas immer so, dass ich nicht einfach nur durchgehe, durch das Bild, sondern, ich zeige es mal mit der Kamera, ich mache es ganz einfach, ich halte die Kamera auch nicht in Querformat, sondern in Hochformat, somit bekomme ich in der Länge ein bisschen mehr Puffer und dann gehe ich so durch, dass ich zum Beispiel jetzt unten anfange, dann werde ich erstmal unten die Fotos machen, dann gehe ich hoch, werde in der Mitte Fotos machen und dann gehe ich nochmal höher mit der Kamera und werde oben Fotos machen. Somit bekomme ich einfach mehr drauf, als wenn man einfach nur so einmal drüber geht. Gut, gut, sobald wir die Bilder jetzt exportiert haben von Lightroom, gehen wir in Photoshop rein, gehen hier oben auf Datei, automatisieren und dann auf Fotomerge. Bei Fotomerge können wir hier dann auf Durchsuchen gehen. So, ich habe hier meine originalen Bilder und hier habe ich das in diesem Ordner Original abgelegt. Somit kann ich jetzt mit STGA zum Beispiel alle Bilder auswählen und drücke auf OK. So werden uns jetzt alle Bilder hier rein geladen, die ganzen 69 Bilder. Ich wähle hier nichts aus, weil ansonsten braucht eigentlich Photoshop noch länger und ich habe jetzt einfach nur Bilder zusammen überblenden. Das reicht auf jeden Fall aus und drücke dann auf OK. Jetzt werden uns alle Bilder hier bei Photoshop zusammengewastelt. Photoshop macht das eigentlich immer gut, aber falls du sagst, hey, das ist nicht so gut geworden, wie ich das haben wollte, dann kannst du einfach das Ganze neu starten. Denn bei jedem Mal, bei jedem Mal, den du Fotomerge startest, wird das Bild auch oder dein Panorama hinterhergibt es anders aussehen, weil Photoshop das immer anders neu berechnet. OK? So, ich habe hier schon mal mein Panorama erstellt und abgespeichert, damit wir nicht so lange warten müssen. So sieht auf jeden Fall jetzt mein fertiges Bild aus, also das fertige Panorama sage ich mal aus. Als erstes, was ich immer mache ist, ich werde jetzt alle Bilder auf eine Ebene ziehen, weil man sieht, es sind alle Bilder hier zusammengefasst. Das brauchen wir gar nicht und zwar werden wir mit SHIFT, ST, G, ALT und E so in langen Tasten kürzeln, werden wir alles hier nach vorne bringen, somit haben wir jetzt alles auf einer Ebene. Das brauchen wir eigentlich theoretisch gar nicht, aber ich werde das einfach auswählen und werde das mit ST, G und G in eine Gruppe zusammenfassen. Was ich als erstes mache, ist, ich wähle mein Linealwerkzeug aus. Das befindet sich hier neben der Pipette, wenn man einmal länger drauf drückt, geht man hier auf Linealwechsel. OK? Und jetzt ziehe ich mir so einen geraden Lineal über den Horizont. Ungefähr so müsste es eigentlich aussehen. Und jetzt drücke ich auf Ebene gerade ausrichten. Was uns jetzt gemacht wurde, uns wurde einfach das Bild jetzt gerade gerickt und jetzt würde ich Kleinigkeiten noch hier verändern und zwar werde ich erstmal den Crop Factor hier verändern mit dem Freistellungswerkzeug. Das Auto muss jetzt auch nicht unbedingt drauf sein. OK cool, dann drücke ich jetzt einfach mal auf ENTER. So sieht das Ganze schon mal sehr nice aus und mir fehlt aber hier etwas und zwar im Urlaub, wo wir da am Lühnersee waren, war das Problem, dass alles sehr neblig war und das Wetter nicht so cool war. Deshalb werden wir uns den Himmel hier im Nachhinein nochmal einarbeiten. So, ich habe hier meine Himmelsammlung, die ich damals fotografiert habe und ich überlege mir gerade, welchen Himmel ich am besten hier nehme. Also nicht alles habe ich fotografiert natürlich. So. Das sind auf jeden Fall die ich fotografiert habe, aber ich weiß noch gar nicht, welches hier reinpassen würde. Ich versuche erstmal einfach eins reinzuziehen und dann schauen wir mal weiter. Ich setze das Ganze mal auf multiplizieren. Sieht eigentlich soweit sehr cool aus, gefällt mir auch schon. Ich werde das Ganze ein bisschen hochziehen noch. Ich denke so sieht das Ganze sehr nice aus und wegen dem Modus multiplizieren wird sich das Ganze einfach viel besser auf diese hellen Stellen bewirken. Also man sieht, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Normal stelle, sieht man ja alles hier im Bild. Und sobald ich auf multiplizieren stelle, dann wird der Himmel nur da sichtbar, wo jetzt wirklich hell ist. Zum Beispiel in der Straße jetzt ein bisschen, klar hier auch, aber am meisten in dem Himmel und deshalb werden wir den Himmel später noch ein bisschen heller machen, damit man das Ganze noch besser sieht. Aber für das erste sieht das cool aus. Ich werde mir jetzt eine Maske hier anlegen und werde mit einem schwarzen Pinsel mir das Ganze jetzt einmal kurz hier rausmalen, weil wir das unten einfach gar nicht brauchen. So sieht das Ganze doch schon mal gut aus. Ja, ein bisschen was in den Bäumen ist da drin, aber hey, das sieht man fast gar nicht. Und wir werden das gleich so nach bearbeiten, dass man das auf jeden Fall nicht mehr sehen wird. Okay, ich werde auf jeden Fall erstmal den Himmel hier aufhellen. Den Himmel, aber den hier, den unterliegenden. Ich werde jetzt auf Turnweckkorrektur drücken und bei Turnweckkorrektur kann ich mir einfach die hellen hier hochziehen, weil man sieht, also wenn wir das zu weit ziehen, dann wird es natürlich zu hart. Wir ziehen das einmal so, mit Altdasse kann man das nochmal kontrollieren. Ich denke, so ist das okay und die schwarzen Töne werde ich auch ein bisschen runterziehen. Okay, wenn wir jetzt uns das Ganze mal vergleichen, ohne Turnweckkorrektur, mit Turnweckkorrektur, ich finde jetzt kommt der Himmel auf jeden Fall besser zur Geltung und man sieht das auch nicht mehr so stark in den Bäumen. Okay, cool. So, damit das Ganze noch ein bisschen realistischer ist, werden wir noch mit einem größeren Pinsel und weicher Kante hier einmal so drüber gehen und vielleicht werden wir den Fluss noch ein bisschen verkleinern, so dass man in den Horizonten ein bisschen was heller hat. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Die Deckkraft kann ich hier ein kleines bisschen noch verringern und so finde ich das gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. So, mit weißer Farbe werde ich mir das doch ein bisschen zurückholen hier noch, aber ich finde das auf jeden Fall schon mal sehr nice. Gibt dem ganzen Bild so ein bisschen mehr Tiefe auf jeden Fall. Jetzt gehe ich auf Farbbalance und werde mir hier in die Tiefen ein bisschen mehr Rot dazugeben, ein bisschen mehr Grün und in die Lichter werde ich mir ein bisschen mehr Gelb dazugeben und und auch wieder ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Rot vielleicht, damit das ein bisschen nach Sonne aussieht. Dann werde ich mit Graditionskurven das ganze Bild ein kleines bisschen aufhängen und indem ich hier eine S-Kurve sozusagen rein mache, werde ich ein bisschen mehr Kontrast hier rein bekommen. So, auf jeden Fall nicht zu viel. So sieht das Bild schon mal auf jeden Fall sehr 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 cool aus. Finde ich auf jeden Fall besser als das davor. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Letztlich auf jeden Fall sehen lassen und jetzt können wir überprüfen, wie groß das Bild jetzt ist. Ja, es sind jetzt 28.000 Pixel. Es ist okay, man kann natürlich jetzt sagen, hey, beim Exportieren belasse ich das halt bei 2,5 Pixel und nicht bei 1.500, dann wird das ganze Bild noch ein bisschen größer aussehen. Aber ich denke, für solche kleinen Panoramas, die man wahrscheinlich vielleicht gar nicht drucken wird, beim Druck natürlich solltest du schon ein bisschen größer wählen. Kommt aber auch auf den Ausschnitt von Fotos an, weil ich habe jetzt wahrscheinlich bei meinen Fotos nicht so weit, nicht so große Unterschiede zwischen den Bildern gemacht, zwischen den Höhen. Deshalb ist das Bild auch klein geworden. Ich hatte aber schon mal ein Panorama wirklich da mit 200 Bilder und da war dann wirklich so 300 Megapixel war das groß. Also schon heftig. 200 Bilder war es labbericht da. 100 Bilder ungefähr waren das. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und die Bilder kannst du wieder unten in der Beschreibung runterladen. Du kannst selbst ein bisschen experimentieren, was du so daraus machst. Und schreib mir auf jeden Fall noch, gib mir auf jeden Fall ein Feedback, wie du das Tutorial fandest und wie gut du das hinbekommen hast. Das Bild kannst du auch gerne in der Gruppe von Isotography posten. Das ist auch in der Beschreibung drin. Und zur Zeit gibt es auch noch ein E-Book. Oh mein Gott, es gibt so viele Sachen. Zur Zeit gibt es noch ein kostenloses E-Book zum Downloaden. Und zwar lernst du da oder in paar Schritten zeige ich dir, wie du zu deinem persönlichen, eigenen Fotografiestil kommst. Und das ist auch in den Kommentaren. Das findest du auch unten. So viele tolle Sachen. Bis zum nächsten Mal bei Isotography. Ah ja, aber vergiss nicht Abo da zu lassen, dann verpasst du keine Tutorials. Bis zum nächsten Mal.